Majid Bark in seiner gönnerhaften Pose, aber Moonraker, sagst du, da gönnt man sich was. Ja, das ist eine Geschichte, wo man wirklich, wenn man Bock hat auf Qualität, also das ist halt so ein bisschen das Untechnik. Das heißt, die Qualität, Design, Technik, die kommen aus dem Downhill, oder? Die kommen aus dem Downhill-Bereich, die waren selbst Fahrer und haben sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht, weil sie keine Investoren gefunden haben, haben Rahmen entwickelt und irgendwann mal ist die Firma dann so entstanden durch vier Fahrer. Und durch die letzten 20 Jahre haben sie sich dann halt rasant zu einem Weltunternehmen entwickelt, natürlich in der Premiumklasse und bieten Räder, die, wie du schon sagst, einfach designtechnisch, von der Technik her und einfach steckt viel Herzblut drin und die Räder sind einfach anders. Das ist ein extrem stabiler Rahmen, der ist aus Aluminium. Du sagst, Sprünge, Bikepark, geht alles. Geht alles. Moonraker ist Nummer eins bei allen Tests seit drei Jahren, wenn es um Steifigkeitswerte zu Alu-Gewicht geht. Wie die das hinkriegen, weiß keiner, aber da liegt halt ihre Kernkompetenz, dass sie Alu-Rahmen bauen, die super steif sind und auch Räder, wo es einfach zur Sache geht. Die kommen wirklich aus dem Rennsport? Die kommen wirklich aus dem Rennsport und deswegen kriegen sie auch, du zeigst dir die neue Remote-Taste von Bosch, die entwickeln vieles mit Bosch zusammen. Heute haben wir den CX-Air gedreht und deswegen kriegen die das auch bevorzugt geliefert, weil die das auch teilweise mit denen entwickeln als ein Premium-Hersteller. So, jetzt siehst du sehr schön die Geometrie. Wir haben hier ein Brot-und-Butter-Fahrrad von denen, eines der meistgebautesten Moonraker, die es gibt. Ein Allrounder, kann man sagen. Genau. Die Bestseller gibt es auch in drei Farben. Eine Farbe haben wir schon gedreht, das ist in diesem schönen Grün. Ich zeig es mal gerade, das Froschgrün. Ist das Grüne schöner oder das Blaue? Was sagen Sie? Grün oder Blau? Grün. Grün. Siehst du? Ich auch. Ich habe auch gesagt Grün. Grün. Ja, Grün ist gelungen. Also es ist nicht so. Das Froschgrün ist mal was anderes, oder? Das Blaue gibt es überall. Und es gibt den auch in Anthrazit Schwarz. Genau. So, die Lackqualität sagst du es gut? Die Lackqualität ist bei Moonraker extrem gut. Wir waren letztens bei denen im Werk und da war... Das ist hier alles lackiert. Hier ist nichts geklebt. Ja, genau. Und du hast dann auch gesehen, die haben im Werk ein paar andere Herstellermarken gehabt, die günstiger sind. Aber da haben sie schon gezeigt, bei Lack sparen die anderen Hersteller extrem viel, weil die einfach viel dünneres Lack haben. Hier wird einfach nicht gespart. Auch die Lager oder auch Steuersatz. Da gibt es einfach... Die Fahrbarkeit. Sprechen wir doch mal darüber. Wie fährt das denn? Auch die Mavic-Laufräder etc. Die Kunden von Moonraker sind sehr, sehr anspruchsvoll. Die kommen auch aus dem Downhill-Bereich und die wollen qualitativ hochwertige Räder. Also die kennen sich aus, das ist kein Showbike. Das kann was. Nein, das kann was. Und die Kunden von denen sind einfach auch Extremfahrer. Fahrbarkeit. Das Fahrrad lässt sich richtig gut bewegen. Wir haben 29-Zoll-Laufräder, aber auch eine super moderne Geometrie. Das hat Moonraker zum Beispiel hinbekommen, dass man sowohl im Trail richtig gut fährt, durch den kurzen Vorbau, sehr langen Reach. Da kann ich das Fahrrad auch sehr präzise bewegen. Aber durch den tiefen Oberrohr sitze ich auch richtig schön in diesem Fahrrad drinnen. Das heißt, im Trail habe ich jetzt nicht das Gefühl, okay, ich habe das Fahrrad nicht unter Kontrolle, weil er riesen Laufräder hat, weil ich unheimlich viel Federweg habe. Eher das Gegenteil. Ich kann das Fahrrad sehr, sehr präzise lenken. Und auf der Straße lässt sich das richtig schön wie ein Tourenfolie bewegen. Und den Spagat zwischen diesen beiden extremen Rahmenformen hat dann natürlich Moonraker hier vereint. Du hast noch ein etwas aggressiveres Modell. Wir können es mal gerade zeigen, haben wir eben ein Video gedreht. Es gibt noch eine andere Rahmenform. Die ist mehr Enduro, Downhill. Level, genau. Das geht dann nochmal von den Winkeln her aggressiver. Macht das so viel aus? Merkst du schon, genau. Also merkst du schon. Gut, für jemanden, der wenig fährt wie ich, der muss zwei, dreimal drauf sitzen, um den Unterschied zu merken auf dem Essen. Aber die Profis, die bei uns vorbeikommen, die merken es sofort. So, SRAM? DB8 hast du wahrscheinlich auch noch nicht auf deinem Kanal geldet. Ich weiß es nicht. Die nagelneue Bremse von SRAM. Super frisch reingekommen. Da wurde das Chassis von SRAM Code RSC genommen. Also die beste Bremse von denen. Das heißt, wir haben die höchste Bremskraft. Aber viele haben sich ja Mineralöl gewünscht, weil dort Flüssigkeit muss man ja einmal oder alle zwei Jahre wechseln. Und da hat SRAM gesagt, okay, Mineralöl, aber mit der gleichen Qualität von Code RSC. Wir haben die gleichen Backen. Wir haben hier einfach auch die großen Flächen, damit die Wärme richtig schön ableiten kann. Gute Bremskraft und dann auch richtig viel Ölreserve, damit meine Ölflüssigkeit die Wärme wegnimmt. Also ein richtiger Racer. Genau. Mineralöl. Jetzt brauche ich das nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre zu wechseln. Ich muss da halt, wenn irgendwann mal Feuchtigkeit reinkommt, einmal entlüften. So, wenn du es mal gerade still hältst, bitte, dass wir einmal scharf kriegen und unverwackelt. Also Moonraker Crafty R und warte mal, ich war nicht scharf, jetzt sind wir scharf. 6.799 Euro. Gutes Preis-Leistungsverhältnis, sagst du, für Moonraker. Klar kriege ich auch schon vergleichbare Fahrräder, vielleicht 800 Euro billiger. Aber das hier ist was ganz Besonderes, was die Stabilität zum Beispiel auch angeht. Kann ich in Bikepark wirklich damit? Ja, klar. Das Fahrrad wurde gemacht. Weil viele schreiben ja, ist eigentlich eher optisch ein tolles Rad, aber bitte nicht in Bikepark. Da gibt es so Ziffern, die finde ich hier gar nicht. Das gibt es bei Model gar nicht. Es gibt so Ziffern, da steht eine 4 oder eine 3. Gut, das ist ja in der EU vorgeschrieben. Aber hier, du siehst auch an einem Akku, der Akku ist fast verbaut. Wir haben hier super steif. Der Rahmen ist einfach dafür gemacht. Akku größer? 750. 750. Es ist genauso, wenn du bei AMG ein Auto kaufst und sagst, darf ich damit auf die Rennstrecke. AMG baut nur Autos, die man auf der Rennstrecke bewegt. Außer natürlich Smart AMG. Und A-Class AMG hatten sie, glaube ich, auch. Ja, A-Class AMG gibt es auch, natürlich. Aber Smart AMG war, glaube ich, ein Fehler am Platz. Aber die kommen aus dem Rennsport. Die kommen aus Spanien. Du besuchst den Werk von denen. Die Mitarbeiter gehen mittags einfach in den Bergen, da in die Alicante. Da gibt es Trails. Da werden die Räder getestet und entwickelt. Und das ist nichts nur wegen Design und Schönsein. Das geht einfach zur Sache. So, die Gabel, auch hier, 38er. Ist das mit dieser Sushi-Beschichtung, wie heißt das? Kashima. Kashima. Das ist ja kein Gold. Das ist die normale Performance. Ist das so viel Unterschied eigentlich in der Praxis? Du hast bei der Kashima ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten. Aber ich sage mal so, für die Normalfahrer, die jetzt kein Rennen fahren, die performen es recht vollkommen aus. Aber für die Leute, die halt Kashima wollen, gibt es das auch. Es gibt natürlich auch bei den Öhlins. Hat der eine Schutzblechaufnahme eigentlich, die Gabel? Äh, Schutzblechaufnahme machst du hier. Also gut, es gibt ja die Fox Defender, die originalen, die kannst du drauf machen. Die werden hier geschritten, da schritten ich rum. Und dann hier natürlich. Ach klar. Und da reingesteckt. Da gibt es normale SKS. Und da hinten wird es ja einfach hier befestigt. Sattelschlüssel, was ist dran? Von On-Off. Eine Eigenmarke von Mondraker. Ist in Spanien weit bebreitet. Und natürlich auch in Südamerika. Und 40 Sattel. Also da wurde nirgends bei dem Rad gespart. Auch bei den Laufrädern nicht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Irgendwie habe ich ein scharfer Problem, wenn ich gegen deine, gegen dein Fenster ziele. So, jetzt. Auch Maxxis Reifen. Also die machen das, wo die dann selbst überzeugt sind auf dem Trade. So, nee. Heute gibt es keine geschenkten Räder. Das ist es. Es gibt aber die Null-Prozent-Finanzierung. Null-Prozent-Finanzierung, genau. Was hast du das? Ich zahle keine Zinsen? Nix? Genau. Bis 36 Monate. 31. Mai haben wir die Aktion am Laufen. Ich teile einfach durch 36, durch 12, durch 24. Das war's. Ist zwar nichts Besonderes, 0 Prozent, wenn die Leute das haben. Aber im Moment schon. 6 bis 7 Prozent haben alle Banken. Wir haben durch unseren Einkaufsverband das hingekriegt, dass wir 0 Prozent anbieten. Und ansonsten Leasing. Business-Bike, Bike-Leasing. Gehaltsumwandlung. Gehaltsumwandlung. Ihr könnt das Fahrrad ohne Probleme leasen. Vor allem viele Firmen haben eine Decklung bis 7.000 Euro. Da liegt das Fahrrad genau richtig. Die sagen, was kriege ich für 7.000 Euro? Die wollen was Hochwertiges. Die wollen was Geiles. Und Crafty Air ist genau unter dieser 7.000 Euro Schwelle, was bei 30 Prozent der Firmen quasi als Limit gesetzt wird. So, und das ist der neue Bosch-Remote. Der ist hier drin. Da sieht man es sehr schön. Auch den habe ich noch nie gesehen. Das ist eine drahtlose Bosch-Fernbedienung. Also wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt, die ist wahrscheinlich auch kompatibel. Das heißt, wenn jemand Links- und Rechtshänder ist, der könnte die auch nachrüsten. Kannst du auch nach rechts machen. Ja, du musst es einfach umdrehen. Aber gut, vielleicht bringen die auch irgendwann mal für Rechtshänder und Linkshänder. Achso, ja. Genau, ja. Ich gucke mal gerade hier vorne hin. Und die funktioniert total simpel. Das heißt, du kannst das ganze Fahrrad damit, aber zusätzlich hat man ihm noch ein Kiox 300 spendiert. Genau. Und du kannst das Kiox 300 auch abmachen. Du kannst auch ein Intuvio 100 drauf machen. Alles ist möglich. Also ich merke so langsam, dass das BES-3-System, am Anfang haben das alle nicht so genau verstanden, aber das hat schon Riesenvorteile durch das ganze Zubehör, was jetzt kommt. Da gibt es Kataloge mittlerweile, oder? Ja, und in den nächsten zwei, drei Jahren kommt das ordentlich. Aber es gibt auch viele Hersteller, wie Simplon, aber auch Fokus. Die bauen nach wie vor das BES-4-System. Das BES-4-System ist gar nicht, äh, BES-4 sage ich. BES-3. Äh, BES-2. BES-2 ist super. BES-2 ist ja gar nicht gestorben. BES-2 ist nach wie vor aktuell. Weil der Motor ist ja der gleiche, nur wir reden hier von diesem Schnickschnack. Viele sagen ja, dieses Display ist mir egal. Ich mache einfach ein normales Display, das hat mir gereicht. Das normale Kiox oder das Neon, die waren ja auch mit Internet kompatibel. Da konnten wir auch die Updates drauf machen. Die wird es weiterhin die nächsten ein, zwei Jahre auch geben. Die werden auch verbaut. Von vielen Hersteller. Auch von Track werden die verbaut. So, wir sind in Gießen 0641. Und dann? 34393. 34393. In Gießen 100 Jahre Switchbike Bauernummern. Dieses Jahr, witzigerweise, ihr seid jetzt 100 Jahre alt, da gibt es viele Aktionen, zum Beispiel die 0% Finanzierung oder das Thema Leasing. Danke fürs Einschalten mitten in der Innenstadt und www.switchbike.de Öffnungszeiten. Monag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr. Tschüss. 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 Vielen Dank.